Hallo liebe Zuschauer. Oh, wir haben heute so einen Kran. Wer hat davon geredet? Wir haben wasserknappheit. Alle spritzen mit Wasser rum. Die ganze Straße ist voll. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Basta, Basta! Untertitelung des ZDF, 2020 Der Minister war letzte Woche noch hier in der Wasser-Knappheit auf Samui und jetzt wird überall Wasser versprenzt. Vielleicht denkt man darüber nach, dass dadurch Wasser wächst. So, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Das war nur ein kurzer Bericht. Hier ist alles okay. Tschüss!